No, no. No, no. 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 Da muss ich zu lange still sitzen und ich mag still sitzen nicht. Die Vielfalt, die man in den sozialen Bereichen hat, da geht mir das Herz auf. Weil es super abwechslungsreich ist. Ein Hasenspreis! Ein Hasenspreis? Was sind denn Hasenspreise? Dass ich einfach die Kinder in ihren ganz persönlichen, individuellen Fortschritten begleiten kann. Dass ich einfach sehe, wie sie aufwachsen, was sie einfach alles Neues lernen und einfach ein Teil ihres Lebens sein kann. Und ich nehme als erstes die Fehlwahlungspunkte. Oder wir einfach ein schönes Angebot machen und die Kinder sagen, Mensch, Christine, das hat richtig viel Spaß gemacht. Da geht mir das Herz auf. Eins, zwei und... ...Ringe, Ringe, drei, hier sind die Kinder, zwei, drei. Weil ich mir bestimmte Werte als wichtig erachte, die ich auch lebe, die ich gerne weitergeben möchte an die Kinder. Und zu sehen, wie sie wachsen und gedeihen, das ist sehr schön von meiner Arbeit. Natürlich ist dieser Beruf sehr anspruchsvoll und herauszufinden, ob das die Arbeit ist, die einem erfüllt und einem Spaß macht. Vielleicht können wir die ja ein bisschen beobachten. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020